Endlich haben wir es geschafft, die wichtigsten Leisten in unserem Tiny House zu verkleben, weshalb wir euch diese heute gerne genauer zeigen und vorstellen möchten. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, das Thema Leisten begleitet uns schon über ein Jahr und vermutlich ist es auch ein Thema, mit dem man nie so richtig fertig wird. Inzwischen haben wir allerdings einen Stand erreicht, der uns schon ganz gut gefällt, weshalb wir in dem heutigen Video unsere ersten Ergebnisse zeigen wollen, euch aber auch unsere Dekore genauer vorstellen möchten und so ein bisschen auch über die Verarbeitung sprechen, wie das Ganze funktioniert hat. Unser Tiny House hat ein offenliegendes Ständerwerk, das heißt, wir haben in bestimmten Bereichen unseres Hauses entschieden, diese zu verkleiden und haben dafür mit 6 mm starkem Pappelsperrholz gearbeitet. Wir sind Lein und demnach waren nicht alle Übergänge so zufriedenstellend, dass wir sie einfach so lassen würden. Hinzu kommt, dass wir ein sehr mobiles Tiny House gebaut haben und einfach auch davon ausgehen müssen, dass durch den Transport hier einfach deutlich mehr Bewegung ist und die Risse dadurch vermutlich auch nicht kleiner werden. Wir wollten das Ganze also kaschieren, haben uns auf die Suche nach Leisten gemacht, geguckt, was gibt es. Bei unserem Tiny House ist das Thema Gewicht natürlich immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, uns war wichtig, eine leichte Leiste oder leichte Leisten zu finden, die auch leicht zu verarbeiten sind, die robust sind, überstreichbar sind, dadurch, dass wir hier ja auch eine eigene Wandfarbe gewählt haben und natürlich auch in der Qualität hochwertig und im besten Fall auch langlebig sind. Am Ende sind wir bei der Firma ORAG Dekore gelandet und haben diese dann auch vor einem Jahr kontaktiert und eine Kooperation angefragt. Das heißt, wir haben unsere Leisten vergünstigt erworben, was aber natürlich keinen Einfluss auf unsere Meinung hat. Wir werden euch ganz transparent erzählen, wie wir mit den Produkten zurechtgekommen sind, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat und was wir beim nächsten Mal vielleicht auch anders machen würden. Für unseren Innenbereich haben wir überwiegend Eckleisten gewählt, die wir aber auch für die Decke verwendet haben, für die Wände und aber natürlich auch als Sockelleisten und wie das Ganze gelungen ist, wie das Ganze ausschaut und funktioniert, das erzählt euch jetzt Ilan. Ich zeige euch jetzt die vier Leisten, die wir in Verwendung haben. Einmal hier im Eingangsbereich diese Eckleiste. So sieht sie aus. Dann haben wir eine weitere Eckleiste verwendet, hier auch gerade an der Decke. So sieht die aus. Und guck mal, wie flexibel die sind. Das ist schon ganz cool. Dann haben wir noch eine Wandleiste in Verwendung. Hier auch für den Fensterrahmen jetzt, beispielsweise im Arbeitszimmer. Die vierte Leiste habe ich jetzt nicht hier, jedenfalls kein Reststück, aber ich kann euch die hier mal zeigen. Hier ist die verklebt. Die haben wir auch im Badezimmer überall verklebt, hier auch so etwas ausgeschnitten, um hier rumzukommen. Das ist die vierte Leiste, die Sockelleiste, die wir eigentlich auch überwiegend als Sockelleiste im Einsatz haben. Verklebt haben wir sie wie folgt. Wir haben für die Nähte oder die Übergänge, haben wir diesen roten Kleber hier verwendet. Der härtet dann nach gut 24 Stunden aus. Wenn der durchgehärtet ist, kann man den anschleifen, um dann die Übergänge noch besser kaschieren zu können, beispielsweise mit Farbe zu verdecken. Das ist der Hauptkleber, mit dem man dann eben die Leisten auch an die Wand klebt. Und das macht man, indem man hier den Kleber in diese Rillen spritzt. So sieht das aus. Als wir uns das erste Mal mit den Leisten befasst haben, bzw. diese auch zum ersten Mal zum Einsatz gekommen sind, und zwar im letzten Jahr, haben wir die erste Seite hier oben an der Decke verklebt. An anderen Stellen hier im Haus haben wir uns dafür entschieden, um nicht alles nochmal irgendwie aufwendig abkleben zu müssen, damit die Farbe nicht irgendwo hinkommt, wo sie nicht hingehört. Haben wir gedacht, wir streichen sie halt im Vorfeld. Das würden wir nicht mehr tun, weil tatsächlich im Nachhinein man noch einiges kaschieren kann, gerade die Übergänge. Ich zeige euch das mal hier, wie das dann aussieht. Das ist zum Beispiel ein solcher Übergang, den wir ganz gerne noch etwas besser kaschieren würden. In diesem Fall haben wir zum Beispiel gemerkt, dass wir für die Naht zu wenig von dem roten Kleber in Verwendung hatten. Das heißt, hier müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen rein spritzen, dann eben hier mit dem Schleifpapier nachgehen und überstreichen können. So, das heißt, diese Stelle ist schon etwas älter, die ist noch aus dem letzten Jahr. So sieht das beispielsweise hier aus am Fenster. Da haben wir diese Eckleiste hier verwendet. Und das haben wir allein schon aus dem Grund gemacht, weil hier unten auch die Folie so ein bisschen komisch um die Ecke ging. Also, es war alles gar nicht so einfach hier, diese Stelle. Des Weiteren haben wir hier oben die Deckenleisten, einmal auf der rechten Seite, einmal hier umgehend bis hierher zum Balken und dann auch jetzt, vor zwei Wochen abgeschlossen, die andere Seite der Deckenleisten. Das hat richtig Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen, weil das wirklich, das passt sich super an. Hier ist nämlich kein Ort oder keine Stelle an diesem Haus wirklich gerade. Also, in diesem Punkt ist es tatsächlich ein Altbau, wenn man es möchte. Es ist halt eben Holz. Was wir nicht gemacht haben hier ist, wir haben sie im Vorfeld nicht gestrichen in diesem Fall. Wir wollten die tatsächlich streichen, haben aber gesagt, okay, das machen wir lieber im Nachhinein, damit wir die Nähte auch besser kaschieren. Jetzt sehen wir, was das für eine Arbeit ist, so etwas im Nachhinein zu machen und haben dann die Idee gehabt, das einfach so zu lassen, weil es schöner aussieht. Auf jeden Fall können wir damit ganz gut leben, mit diesem Kontrast von Weiß auf diesen Cremeton, den wir ja damals gewählt haben. Was wir noch machen wollen und das sieht man auch, warum wir das machen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Riss hier erkennen könnt. Diese Wand ist relativ flexibel, die hat hier hinten keine Stütze, der Balken verläuft hier. Das heißt, die ist wirklich im Balken verankert bzw. mit dem Balken verschraubt die Wand und diese Pappelsperrholzwand nicht. Das heißt, die schwebt hier gewissermaßen. Hier sieht man es auch, wenn ich wirklich mal gegen drücke. Daher mussten wir hier die Steckdosen auch so verstärken und daher entsteht auch bei Bewegung dieser Riss hier relativ schnell und deutlich. Also hatten wir vor, auch den in einer solchen Eckleiste zu kaschieren, das dann aber in diesen Wandton zu streichen, weil wir das irgendwie ein bisschen zu extrem finden. Ja, aber das ist, das ist noch in Entstehung. Also einmal auf dieser Seite und auch auf dieser Seite hier, damit das eben gleichmäßig aussieht. Da die so biegsam ist, kann ich die tatsächlich um den Balken herum biegen. So haben wir das jetzt zumindest gedacht, von der Länge auch so zugeschnitten. Das wird sich dann noch zeigen und auch die wird dann gestrichen. Hier sieht man das Ergebnis noch an der Ecke. Hier ist auch die Eckleiste im Einsatz. Hier unten haben wir dann das erste Mal eine Leiste, die ich noch nicht gezeigt habe, die Sockelleiste, die wir auch im Badezimmer haben. Und auch hier haben wir die Ecke im Nachhinein noch mal geschlossen und gestrichen. Und hier konnten wir das Schienensystem auch ganz gut integrieren und kaschieren bis zu dem Punkt, wo sie anfängt. Die Gardinen fangen dann quasi oder schließen gleich da an. Den Türrahmen haben wir gemacht, also Kleinigkeiten. Den Übergang hier ins Schlafzimmer, denn den wollen wir auch noch streichen. Das ist dann die Wandleiste, die wir für die Fensterrahmen nutzen wollten. Das haben wir auch im Arbeitszimmer gemacht, das zeige ich euch gleich. Aber hier kam sie auch noch mal zum Einsatz, um quasi den Raum noch so ein bisschen visuell noch mal ein bisschen zu trennen. Dieser Übergang wird auch gestrichen. Da der gestrichen wird, wird der auch gestrichen. Jedenfalls finden wir das ganz sinnvoll. Also kommen wir ins Badezimmer, da sind wir schon. Hier unten haben wir die Sockelleiste, die ich euch vorhin auch am Haupteingang gezeigt habe, verklebt. Und die ist weiß. Die wollen wir auch weiß lassen. Das gefiel uns ganz gut als Kontrast. Hier die Ecke haben wir dann auch vor zwei Wochen erst tatsächlich noch kaschiert. Da war auch eine recht unsaubere Lücke. Wie wir finden, ich meine sowas guckt sich zwar irgendwann mal weg, aber es erinnert einen immer wieder daran, was man noch machen wollte. Daher das war von vornherein der Plan, dass hier eine Leiste hinkommt und hier unten auch, die das Ganze eben etwas sauberer zum Abschluss bringt. Und hier unten dann wieder die Sockelleiste verläuft. Diese Eckleiste ist dann wieder die gleiche Leiste, die wir auch vom Eingang kennen. Also wie gesagt, wir haben hier insgesamt vier verschiedene Leisten im Einsatz. Hier unten ist auch noch mal ein ganz wichtiger Bereich meiner Meinung nach, der sich verändert hat. Und zwar waren hier Abschlussleisten aus Aluminium vorher. Da haben wir jetzt auch die Orag-Leisten genommen, weil die einfach mal ein bisschen flexibler waren und leichter sind. Das heißt, der Kleber haftet etwas besser und wir konnten hier einfach besser abschließen und hatten das Gefühl, dass das so, wenn man in den Raum reinkommt, auch viel schöner aussieht. Unabhängig davon sind die ja auch wasserfest. Auch der Übergang in den nächsten Raum, das ist ganz gut geglückt. Und der Kappsäge ging das wunderbar. Da kriegt man die Übergänge einfach sehr gut hin. Jetzt sind wir im Arbeitszimmer und ich glaube, man erkennt das hier ganz gut. Das ist die gleiche Leiste, die wir vorhin verwendet haben oder jetzt auch verwendet haben für das Wohnzimmer als Übergang ins Schlafzimmer quasi oben, die wir dann ebenfalls streichen wollen. Wenn sie gestrichen ist, sieht sie dann eben so aus. Hier oben allerdings merken wir jetzt, dass die Leiste, die wir hier oben verklebt haben, dass wir die auch streichen wollen. Das ist uns dann ein bisschen zu viel Kontrast. Die sind einfach zu dicht beieinander. In diesem Zimmer haben wir keine Sockelleiste verwendet, weil wir einfach zu viele Kabel dahinter haben. Haben uns also dafür entschieden, eine etwas andere Höhe selbst zu bauen. Also eine eigene Sockelleiste, die jetzt so aussieht. Und dahinter befinden sich dann wie gesagt alle Kabel und alles, was kaschiert werden soll. Wenn man einmal dann so im Prozess ist, dann sieht man jeden Übergang und man möchte überall nochmal drüber schleifen und drüber streichen. Dadurch, dass natürlich jetzt die Farbe auch noch zwei Tage im Raum steht und es auch so stark riecht, müssen wir natürlich immer so ein bisschen gucken, an welchen Tagen machen wir das. Aber das wird noch ein Prozess sein. Wie wir am Anfang gesagt haben, mit Leisten wird man wahrscheinlich nie so richtig fertig. Ja, es ist aber auch so, dass wir, und da muss ich glaube ich auch, wenn ich jetzt von mich spreche, etwas vorsichtig sein, dass ich das Haus nicht zu kleister mit Leisten. Das fällt mir nämlich ganz leicht, weil mir fällt immer irgendeine Stelle auf, die mir nicht so gefällt. Das ist bei mir jedenfalls. Wir hatten anfänglich tatsächlich unsere Schwierigkeiten auch, als wir mit der Handsäge gearbeitet haben. Das würde ich auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Also das Ergebnis war einfach nicht zufriedenstellend. Es war auch wahrscheinlich die falsche Säge. Einfach nicht vergleichbar mit der Kappsäge. Kappsäge, genau. Es geht viel, viel schneller, viel präziser und da kann man auch gleich den richtigen Winkel einstellen. Und da, also das fand ich, das Ergebnis finde ich wirklich hundertmal besser. Wenn ihr euch selbst gerade für das Thema Leisten Dekore interessiert, packen wir euch natürlich gerne den Link von ORAG Dekore nochmal rein. Da könnt ihr einfach nochmal genauer schauen. Die haben auch so tolle 3D-Profile, Stuckleisten. Also wer auch so dieses Altbaufeeling mag, so wie wir, passt jetzt nicht so gut vom Stil in unser Haus. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall mal durchzuschauen, auch explizit nochmal für Nassräume zu gucken. Da packen wir euch alle Infos in die Infobox. Wir hoffen, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ja, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert auch unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. und schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Bis dann. Tschüss. Ciao.